Was dieser Kongress ermöglicht, ist in sehr kurzer Zeit, in sehr konzentrierter Zeit mit vielen interessanten Personen in Kontakt zu kommen. Seien das Kunden, potenzielle Kunden oder Partner. Ein sehr interessantes Forum, auch Leute von Kunden, aber auch von der Agentur- oder Anbieterseite hier kennenzulernen. Ein bisschen über das zu berichten, was wir auch als UBS machen, wenn sie so wollen. Wir sind natürlich auch ein Stück weit hier in Sachen Eigenbranding dabei. Sieben Jahre zurück, es wäre nicht eine Möglichkeit, dass wir haben eine Autokampagne für eine große Marke. Es gibt wirklich keine Autos in dem Bild und du hast nur einen Menschen, der läuft und redet. Und ich glaube, das zeigt einfach die Entwicklung, wie man Publizität machen kann und wie man ein Markenbotschafter sein kann. Es ist ein großer Erfahrungsaustausch zu einem Thema, das ich persönlich als eines der ganz wichtigen Themen finde. Marken, Markenpflege, Markenkommunikation, Etablierung. Ich bin zum ersten Mal dabei und ich finde es einen absolut professionell organisierten Event. Die Gespräche, die man hier verfolgen kann, sind höchst spannend, höchst relevant und hier finden sich auch einfach neue Connections. Networking geht, wenn man das nicht absichtlich macht. Wenn man offen ist, wenn man sagt, ich mag den Menschen, wir sehen uns wieder. Und nicht beim ersten Gespräch sagt, hör mal, willst du mein Kunde werden? Können wir was zusammen machen? Vertrauen ist die Summe positiver Erfahrungen. Und dann kann man auch zusammen Geschäfte machen oder einfach sich anfreund zusammen in den Urlaub fahren. und manchmal kombiniert man das auch.